Hallo liebe Eltern und ein liebes Hallo an alle da draußen, die sich wieder dem Schuh-wie-du-YouTube-Kanal gewidmet haben und wieder ganz neugierig sind, was es diesmal so Neuigkeiten und Interessanten zum Thema Kinderfüße und Kinderschuhe gibt. Auch der Jahreszeit entsprechend und weil es auch, ich sag mal, im Rahmen unserer Verkaufsgespräche dann doch immer mal die eine oder andere Frage aufgekommen ist, welche Schuhe trage ich denn zu welcher Jahreszeit oder zu welchen Temperaturbereichen. Wollen wir auch da noch mal etwas genauer eingehen, weil ich finde, es ist doch ganz wichtig, damit man wirklich Kinderfüße nicht überstrapaziert und sich nicht im Endeffekt wundert, jawohl, warum schwitzt mein Kind denn so. Es hat doch atmungsaktive Schuhe an. Diese und andere Sachen werden wir jetzt in den nächsten Minuten klären. Ich würde mich freuen, wenn ihr dabei bleibt und deswegen fange ich auch gleich mal an. Der gängigste Schuh im Frühjahr oder im Übergangsbereich zum Sommer wird natürlich sein, dass man sich einen sogenannten ledergefütterten Schuh wünscht. Ganz einfach, der wärmere Schuh wird jetzt sozusagen abgelöst und dann kann also auch schon bei uns, ich sag mal, der wärmere Schuh einfach der sein, der ein sogenanntes Funktionstextiles Innenfutter hat, nämlich aus den sogenannten Funktionsschuhen, die mit Gorotex oder Sympatex verarbeitet sind. Überhaupt Schuhe mit einer Tex-Membran weisen im Allgemeinen kaum noch ein Lederfutter aus, auf aus Kostengründen. Es ist ein teures Material und demzufolge versuchen auch dort natürlich die Lieferanten zu sparen, um auch nicht letztendlich dem Kunden den Verkaufspreis sonst wie in die Höhe zu treiben. Greift man also auf preisliche, günstigere Alternativen zurück. Das kann zum einen ein stoffliches Innenfutter sein, was also dann sozusagen die Feuchtigkeit vom Fuß her weg transportiert. Es kann ein Frotteefutter sein, ein anderes stoffliches Innenfutter, ein sogenanntes Funktionsfutter, was auch auf textiler Basis funktioniert und fast so gute Eigenschaften, wenn nicht sogar noch ein klein bisschen Ticken besser als ein reines Lederfutter ist. Das gibt es allerdings dann halt nur bei den hochwertigen Kinderschuhlieferanten. Wichtig ist vor allen Dingen, ich sag mal, dass man jetzt natürlich auch die niederen Schäfte bevorzugt, ganz einfach, weil wir ganz andere Temperaturen draußen haben. Auch wenn es manchmal noch am Morgen relativ frisch ist, ist es kein Grund, dem Kind noch Winterschuhe anzuziehen. Bitte, liebe Eltern, denkt dran, ganz einfach, man sieht die Eltern schon mit den dollsten, leichten, sommerlichen oder dünnen, stofflichen Sneakern den Alltag beschreiten und das Kind läuft aber immer noch mit Winterschuhen rum. Warum? Man sollte doch bitte mal ganz einfach bedenken, ein Kind läuft auf den Meter gesehen ein Vielfaches von dem, was wir Erwachsenen leisten. Das heißt also, auf den Tag gesehen läuft es im Grunde genommen jeden Meter mindestens drei, vier Mal. Klar, Füße sind Bewegungsorgane und die schwitzen natürlich dann auch. Und wenn jetzt ein winterliches Futter, egal ob das jetzt ein Wollfutter ist oder sogar noch Lampfe, natürlich verarbeitet das die Fußwärme gut, aber es fehlt natürlich dann auch wieder dieser Kontrast zwischen Fußwärme und Außentemperatur, sodass also manchmal gar kein Austausch stattfinden kann und sozusagen die Feuchtigkeit im Schuh verbleibt. Also einfach daran denken, nur wenn mein Kind, ich sage mal, ein kleiner Fauli ist oder es ist einfach noch nicht so weit, es sitzt halt mehr im Wagen, dann bitte schon auf die leichteren Schuhe jetzt gehen. Ganz einfach, weil es auch gut ist fürs Fußklima. So, jetzt habe ich also die ganz normalen klassischen Übergangsschuhe in Leder vor mir. Das kann je nach Lieferant auch von der Schafthöhe ein bisschen variieren, was die Kinderschuhe im Allgemeinen immer auszeichnet. Und da sage ich immer, egal ob das Barfußschuhe sind oder der klassische Schuh, sie sind alle sehr, sehr weich. Ja, es ist auch immer, wenn Eltern bei uns kommen zu einer Fußball- oder Schuhberatung, dass dann meistens immer gesagt haben, ja, wir wollen flexible Sohlen. Haben alle Schuhe, die von ausgesuchten Kinderschuhproduzenten kommen, haben so etwas. Kein Lieferant der Welt, der heute was auf sich hält und auf Kinderschuhe arbeitet und produziert, würde sich sozusagen Bretter in seine Kollektion aufnehmen. Das macht kein Produzent dieser Welt. Also da sage ich einfach mal, das, was wir hier anbieten, egal ob barfuß, ausgesprochen Barfußschuhe oder klassischer Kinderschuh, flexible Sohlen haben diese alle. Na, wenn ich dann auch hier bloß mal diesen Frodo nehme, auch das ist kein ausgesprochener Barfußschuh und er ist trotzdem im ersten Bereich extrem flexibel. Das sind natürlich andere Unterschiede, aber damit natürlich auch andere Qualitäten hat, wie ein diverser Barfußschuh. Das sei jetzt dahingestellt, aber das ist jetzt auch nicht Gegenstand meiner Ausführung. So, wir achten also auf ein schönes, leichtes Futter, je nach Temperaturen. Und dann sage ich immer schon mal, je nachdem, wie warm der Kinderfuß ist. Es gibt ja immer noch die Prinzessin Frostfuß und sozusagen den kleinen Vulkan auch unter den Kindern. Da variieren natürlich auch die Fußtemperaturen ganz extrem. Habe ich also so einen kleinen Vulkan bei mir, dann kann ich natürlich auch schon ab 16, 18 Grad auf diese halboffenen Modelle gehen. Halboffen heißt immer, sie sind unten im Schaft her, praktisch noch geschlossen. Ich habe nur unterschiedliche Aussparungen über dem Spannbereich, die sogenannten Ausschnitte. Und das kann sich eben halt unterscheiden. Ich kann mal so ein ganz schmales Spangenschuhchen haben, wie hier. Ich kann es aber auch mal in einer sportlichen Variante haben oder total unisex, sportlich, richtig hübsch, in einer Farbe, was Jungs wie Mädchen anziehen können, wie hier der von Bunkard. Wie ihr seht, es gibt auch Modelle, die weisen dann auch hier eine Stoßkappe mit auf, was manchmal für die Alltagstauglichkeit immer mit gewünscht wird. Stoßkappe bedeutet eine hochgezogene Spitze des Sohlenmaterials, was praktisch in den Zehenbereich mit hineinfließt. Das kann zum Beispiel so wie dieser sein, wie der hier sein, oder hier die anderen noch mitgezeigten Modelle. Alle diese Schuhe weisen auch immer für eine bessere Passform. Im Übrigen dazu gibt es auch noch mal ein Video separat zu dem Begriff Passform an sich. Das haben wir also auch mit eingestellt. Alle weisen zum Beispiel im Fersenbereich ein ausgesprochenes Fersenpolster auf. Das bedeutet, hier wird also die Ferse, egal ob sie schmal oder breiter ist, schön eingebettet. Die Ferse wird zurückgehalten im Schuh, sodass also auch der Fuß schön am Fuß verbleibt und demzufolge für einen optimalen Rückhalt sorgt. Stoßkappen sind immer wieder gut für sehr aktive Kinder. Möchte ich es ein bisschen feiner haben, ja gut, dann gibt es dafür auch wieder einmal Mädchen, einmal Jungsversionen, alles mal ein bisschen feiner gestaltet. Aber wie ihr seht, auch hier wieder eine leicht hochgezogene Spitze macht den Schuh schon wieder ein bisschen sportlicher und damit auch alltagstauglicher. Je nach Temperatur kann ich diese Schuhe auch im Hochsommer tragen, weil wenn es kühler ist, ich sage mal alles so, was um die 14, 16, 18 Grad ist, verträgt dieser Schuh auch ausgesprochen gut eine Socke und ist es über den Tagverlauf wieder wärmer, ziehe ich die Socke einfach aus und trage solche Schuhe dann natürlich auch gerne barfuß. Kann ich natürlich auch machen, weil alle Lieferanten im Kinderschuhbereich verwenden hochwertiges Lederfutter oder ein hochwertiges Funktionsfutter, aber darauf kommen wir später in einem anderen Video nochmal zu sprechen. So, das wäre jetzt also der Bereich, ich sage mal so, bis 22, 24, manchmal vielleicht auch noch 27 Grad, aber dann wäre die Fraktion natürlich nur noch barfuß zu ertragen. Damit kommen wir zu dem Temperaturbereich, der dann wirklich im Sommer zum Tragen kommt, und zwar sind das die Temperaturen ab 27 Grad. 25 bis 27 Grad, je nachdem, je nach Befinden und Fußwärme des Kindes. Ich muss es immer wieder mit sagen, es sind bloß pro forma Angaben. Das ist jetzt kein Rezept für alle Kinder, sondern jedes Elternteil sollte schon mal schauen oder weiß auch im Allgemeinen, mein Kind hat eher den kalten Fuß oder mein Kind hat eher den warmen Fuß oder mein Kind hat einfach den schwitzigen Fuß. So, und auch für diese Temperaturbereiche gibt es da natürlich je nach Lieferant wunderbare Schuhchen. Zum einen ist es auch bei den luftigen Schuhen den Eltern immer wichtig, dass ein gewisser Schutz im Zehenbereich da ist. Und wie ihr seht, auch hier gibt es solche Modelle von verschiedenen Lieferanten. Mal ein bisschen spitzer ausgeprägt für die schlankeren Füße oder auch mal hier so ein bisschen in Barfußvariante mit einem schönen breiten Mittelsteg, dass halt wirklich der Zehenbereich geschützt ist, wenn mein Kind unterwegs ist. Ich mir nicht gleich eine Verletzung zuziehe, nur weil ich jetzt mal mit dem Laufrad oder einfach unterwegs bin im Gelände und mir dort sozusagen meinen Fuß verletze. Hier muss ich immer wieder mit sagen, eine Lederspitze hält auch bei der Verwendung von Laufrädern und Bobbycars was aus, schützt aber nicht dann definitiv vor Abnutzung. Das heißt, sowas fällt nicht unter eine Reklamation, weil das ist dann sozusagen eigenes Verschulden. Wenn ich einen luftigen Schuh kaufe, muss ich damit rechnen, dass er nicht so bleibt wie am ersten Tag, zumal, wenn ich weiß, mein Kind nutzt solche Gerätschaften zur Fortbewegung. So, und etwas anders, aber obwohl, dann wollte ich noch mit darauf hinweisen, jawohl, der Däumling hat ja zum Beispiel diese wunderbare Einmaligkeit, muss ich bis jetzt sagen, wirklich geschaffen, dass man also hier von der Laufsohle ein Flicken mit nach oben zieht, in den Spitzenbereich hinein. Das heißt, hier habe ich nochmal einen zusätzlichen Schutz. Aber wie gesagt, auch der ist keine Stahlkappe. Auch hier wird es Abnutzungserscheinungen geben. Deswegen bitte immer mit darauf achten, was will ich, was brauche ich, was ist mir wichtig. Habe ich einen kleinen Daniel-Düsen-Trieb oder habe ich die kleine ruhige Maus vor mir? Diese Unterscheidungen müssten selbst bei der Schuhauswahl dann auch noch mit getroffen werden. But last and not least gibt es natürlich auch die absolut hochsommerliche Sandale, die dann immer gerne bei den größeren Kindern gekauft werden. Also ich sage mal dann, wenn die letzte Stufe im Kindergartenalter vielleicht erreicht, dass das Kind schon ein bisschen vernünftiger ist oder einfach ich ein kleines ruhiges Persönchen vor mir habe. Für diverse Anlässe ist es natürlich auch immer mit gerne gewünscht, weil ganz einfach so eine Sandale sieht natürlich halt schick aus, lässt viel Luft an den Fuß und wird auch gerne nach Beendigung des Sommers vorausgesetzt, man hat noch Luft im Schuh, noch gerne als Hausschuh weitergenommen. Weil, das ist ja wohl sehr offensichtlich, so viel Luft wie hier rankommt, kommt in keine andere, mit oder mit keiner anderen Schuhform an den Fuß heran und ist demzufolge natürlich extrem atmungsfreundlich. Zu guter Letzt kann ich natürlich auch mein Kind barfuß laufen lassen, aber da muss ich ja immer wieder dieses große Aber mit einfügen, weil wir sind halt nicht mehr auf Waldboden, wir sind nicht mehr auf Sandboden unterwegs, wir haben es mit Asphalt, Beton, Granit, sprich also harten Böden zu tun und auch da wird ein kleiner kindlicher Körper gestaucht. Auch dazu, wenn man sich belesen möchte, gibt es verschiedene Meinungen. Hier sollte sich dann doch jedes Elternteil seine Meinung bilden, aber in erster Linie kommt es ja bei den Schuhen auf den Schutz drauf an. Und wir haben es, dadurch, dass wir harte Böden haben, es hier immer mit einer leicht dämpfenden Sohle zu tun. Das heißt also, die Sohle staucht schon nicht mehr so, wenn ich einen Gegenstand mit einer Sohle habe, staucht man sich nicht mehr so den Körper. Weil auch Kinder, die ja noch nicht vollends und einen guten Laufstil haben, auch die haben mit gewissen Aufprallkräften zu kämpfen. Und auch der kleine Körper verarbeitet das. Aber nicht jeder kleine Körper kann das gleichermaßen gut. Deswegen tragen wir ja auch Schuhe, um den Fuß zu schützen, um überschüssige Feuchtigkeit aufzunehmen und natürlich vor Kälte und vor Schmutz und nichts anderes macht er auch. Das habe ich natürlich nicht, wenn ich barfuß unterwegs bin und muss natürlich dann diverse Risiken mit eingehen. Aber das wissen ja die Eltern von heutzutage durchaus selbst, was sie wünschen, was sie sich vorstellen. Und wir beraten euch sozusagen zu dem Rest, nämlich zu passenden Schuhen. Ich würde mich freuen auf ein nächstes Mal und dann sehen wir uns wieder hier im Schuh wie du. Ein liebes Hallo nochmal an unsere Abonnenten. Wie gesagt, klickt drauf, sagt eure Meinung. Wir freuen uns. Bis dahin.